hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu hause ich bin die danni und ich habe heute einen mascara vergleich für euch für mich persönlich ist es sehr wichtig eine gute mascara zu benutzen weil meine wimpern doch sehr unscheinbar sind und zudem noch gut verdeckt sind von meinen schlupfliedern und ja was dabei rausgekommen ist das seht ihr jetzt viel spaß beim video so 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 so